Hättet ihr diese Aufnahmeprüfung an amerikanischen Uni bestanden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wann man das in der Schule macht in Mathe. Die Frage war, wenn x gleich 3 hoch 3 durch Wurzel 1,80 ist, was ist dann x? Naja, 3 hoch 3, 3 mal 3 mal 3 sind 27, durch Wurzel aus 1,80, was ist das? Genau, 9, weil 9 mal 9 ergibt ja 1,80. Und 27 geteilt durch 9, das ist 3. A ist also die richtige Antwort. Hattet ihr das richtig? Schreibt es mal in die Kommentare. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.